Bitcoin-Stimmungsbarometer dreht auf extreme Angst. Die Zahl der aktiven Bitcoin-Adressen erreicht ein Jahrestief. Das Stimmungsbarometer zeigt extreme Angst im Kryptomarkt an. CryptoQuant berichtet, dass aktuell nur rund 815.000 Adressen aktiv sind. Im März 2024 waren es noch 1,2 Millionen. Weniger aktive Adressen bedeuten geringere Netzwerkaktivität. Es gibt weniger Transaktionen und eine niedrigere Nutzung, was auch die Volatilität senkt. Der Fear & Greed Index signalisiert extreme Angst. Extreme Angst im Index zeigt, dass große Unsicherheit herrscht und viele Anleger vorsichtig agieren. Der Wettbewerb im Mining-Sektor und verlorene Investments verstärken die Unsicherheit. Bitcoin handelt seit rund 180 Tagen in einer Preisspanne von 50.000 bis 71.000 US-Dollar. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.